Asponi mit Prof. Dr. Karl Stöger erneut über die aktuelle Rechtslage, wie sie sich seit Freitag letzter Woche darstellt, auf Verordnungsebene rund um die Covid-19-Regulierung in Österreich. Aus meiner Sicht war das ein außerordentlich interessantes Gespräch, deswegen, weil es auf der einen Seite sehr hands-on, formell und praktisch war, insbesondere im Hinblick darauf, was jetzt für die Nachtgastronomie in diesem Staate gilt oder nicht gilt. Und auf der anderen Seite aber vor allem deswegen, weil wir auf Grundlage dieser Rechtslage dann doch recht fundamentale Unterschiede in der Beurteilung der Notwendigkeit der Begründung von Verordnungsnormen und auch Unterschiede in der Bewertung des Agierens von Normgebern unter Bedingungen der Unsicherheit identifiziert haben. Stöger und ich sind da, glaube ich, nicht immer derselben Meinung. Gerade deswegen war das Gespräch zumindest für mich außerordentlich interessant. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie rein. Es sind 50 Minuten. Am Ende wissen Sie mehr darüber, was in Clubs erlaubt ist. Sie wissen aber vielleicht auch mehr darüber, wie man Unsicherheit in normative Prozesse bewertet und einfließen lässt oder eben nicht.